Isst du gerne Kartoffeln? Pommes, Chips, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln? Magst du Eier? Gebäck, Nudeln, Eis? Möchtest du einen Schuss Milch in deinen Kaffee vielleicht? Möchtest du vielleicht direkt beim Erzeuger Produkte kaufen und genießen können? Und auch sehen und wissen, wo es herkommt und wo es gemacht wird? Dann komm am Dienstag, den 26. November, 12 Uhr zum Brandenburger Tor und sorg dafür!